Köln, gehen Ekaterina Leonova, 36, und Timon Krause, 29, nicht nur beruflich, sondern auch privat getrennte Wege? Nach den hartnäckigen Liebesgerüchten um das Let's Dance Duo soll jetzt alles aus und vorbei sein. Öffentlich bestätigt haben die Profitänzerin und der Mentalist ihre vermeintliche Beziehung nie. Trotzdem gingen bis dato viele Fans, die die vergangene Let's Dance Staffel verfolgt haben, davon aus, dass die beiden nicht nur auf dem Tanzparkett, sondern auch im privaten Kontext ein echtes Traumpaar sind. Dabei war es in den vergangenen Monaten recht still um Ekater und ihren Gedächtniskünstler geworden, doch jetzt brodelt die Gerüchteküche erneut. Wie Bild am heutigen Montag berichtet, sollen Ekater und Timon eine romantische Beziehung geführt, diese nun jedoch beendet haben. Das will die Zeitung von einem Freund der RTL-Stars erfahren haben. Angeblich soll Timon derjenige gewesen sein, der sich getrennt hat. Die Rede ist von einem bitterbösen Bruch. Ekater ist mit Let's Dance auf Tour, Timon fehlt. Ekater reist seit dem 7. November im Rahmen der Let's Dance Tour 2023 durchs Land, allerdings ohne Timon. Der Mentalist ist bei dem großen Live-Spektakel, das noch bis zum 4. Dezember in vielen Städten stattfindet, nicht dabei. Als Grund hatte der 29-Jährige zuletzt angegeben, dass er im Herbst, zur Zeit der intensiven Vorbereitungen, extrem zeitintensiv an seinem neuen Live-Programm für 2024, sowie an einem weiteren, großen Projekt mit Deadline Ende des Jahres arbeiten musste. Dass ich nicht im Line-Up verkündet wurde, hängt nicht damit zusammen, dass ich keine Lust hätte, habe ich, oder die Let's Dance Family mir nicht ans Herz gewachsen wäre, ist sie, hatte er bei Instagram klargestellt. Eine Anfrage von Bild bezüglich des vermeintlichen Liebes aus sollen sowohl Ekater als auch Timon unbeantwortet gelassen haben.